Die weite Steppe der Mongolei, sie scheint kein Ende zu haben. Saftige Weiden bieten Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen. Die vor wenigen Jahren fast ausgestorbenen mongolischen Wildpferde sind hier zu Hause. In freier Wildbahn gibt es sie nirgendwo sonst. Die Steppe, ein Paradies auch für riesige Hirsche. Und hunderte Arten von Vögeln und Insekten. Doch die Idylle, sie trügt. Denn außerhalb des knapp 2000 Hektar großen Husten-Nationalparks und anderen Schutzgebieten sieht die mongolische Steppe meist so aus. Trockener Sand, kaum Pflanzen. Die wenigen Grashalme, die es noch gibt, sind klein und trocken. Das Steppenland, es verwandelt sich mehr und mehr in eine Wüste. Chimet Orjir Basarsat untersucht für die Vereinten Nationen seit Jahren diese Entwicklung. Die Ursache, für ihn ist sie klar. Zu viele Schafe und Ziegen, die das Gras fressen und dem Land keine Möglichkeit geben, sich zu erholen. Fast 50 Millionen Tiere suchen auf den Weiden der Mongolei inzwischen nach Futter. Die Kapazität der Weiden ist weit überschritten, besonders in der zentralen Mongolei, manchmal um das Fünffache. Um die Zahl der Tiere nachhaltig zu verringern, haben die UN-Experten die Idee einer Weide-Management-Steuer entwickelt. Je mehr Tiere ein Hirte hat und je schlechter der Zustand des Weidelandes, desto mehr Geld wird fällig. Damit soll der Anreiz steigen, weniger Tiere zu halten. Denn es gibt Hirten, die haben mehr als 10.000 Kühe oder Ziegen. Narantuya Orchibat gehört nicht dazu. Sie hält mit ihrer Familie rund 800 Schafe und Ziegen, außerdem noch 100 Pferde und 80 Kühe. Die Idee einer Weidesteuer findet sie gut. Denn das Gras, so sagt sie, wird von Jahr zu Jahr schlechter. Bis zum Herbst und Winter müsste das Gras eigentlich so hoch sein, aber das gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Das Gras wird immer schlechter, weil immer mehr Tiere da sind und fressen und das Weideland immer mehr auslaugen. Die 53-Jährige vertritt als Sprecherin rund 100 andere Hirtenfamilien und hat viel Werbung für die Idee einer Weide-Management-Steuer gemacht. Um zu besserem Futter und damit auch kräftigeren Tieren zu kommen, würden die meisten Hirten eine solche Steuer akzeptieren, sagt sie. Die Einnahmen aus den Steuern müssen aber zum Beispiel in die Gesundheit der Tiere investiert werden und nicht irgendwo im Landeshaushalt verschwinden. Nur dann unterstützen wir das. Die Hirtin würde es gut finden, wenn mit dem eingesammelten Geld eine bessere medizinische Versorgung der Tiere finanziert werden würde. Und wenn die geringere Zahl an Tieren dann wieder mehr Futter findet, würden auch solche Bilder seltener werden. In strengen Wintern sterben bisher regelmäßig Millionen von Tieren, weil sie nicht genug Reserven anfressen konnten. Das hat auch Narantouja-Orchibat schon erlebt. In einer Pilotregion haben die UN-Experten bereits erfolgreich einen Notfallfonds aus Steuereinnahmen erprobt. Bei Dürre, strengem Frost oder Seuchen erhalten die Hirten Geld, um wieder auf die Beine zu kommen. Trotzdem gibt es noch keinen konkreten Zeitplan für eine Weide-Steuer in der Mongolei. Es gibt da einen Interessenkonflikt. Wenn eine Weide-Steuer eingeführt wird, müssen natürlich die mehr Geld bezahlen, die mehr Tiere haben. Und das sind die reicheren Hürden. Und die wollen so eine Steuer nicht. Und genau sie aber haben Einfluss auf die Politiker. Die Politik hat das Problem zwar erkannt, aber es ist eben kompliziert. Die meisten der reicheren Hürden protestieren. Und die normalen, die kleinen Hürden, die hört man nicht so laut. Für Buvedoj Sanjav kommt eine Weide-Steuer in jedem Fall zu spät. Während eines harten Winters hat er vor einigen Jahren alle seine Tiere verloren. Seitdem lebt der 59-Jährige am Rande der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar. Draußen in der Steppe, da war es schön. Ich hatte meine Freiheit. Das war toll an der frischen Luft. Ich war glücklich. Aber hier, hier in der Stadt, wie soll ich das sagen? Hier leben wir alle zwischen vier Wänden. Naja, ich versuche damit klarzukommen. Wie alle anderen auch. Früher, so sagt Buvedoj, wohnte die Familie fast immer zusammen. Heute besuchen ihn Sohn und Enkelkinder nur noch einmal in der Woche. Der Sohn hat einen Job in der Stadt, kann sich einigermaßen über Wasser halten. Eine Schaf- oder Ziegenherde in freier Natur wie Vater und Großvater aber wird er nie haben. Ich bin eigentlich immer zwischen der Arbeit und zu Hause unterwegs. Der Verkehr ist ziemlich stressig. Ich versuche immer aus der Stadt rauszukommen. In der Natur zu sein, das fehlt mir unheimlich. Stress und Stau. So könnte die Zukunft für immer mehr ehemalige Hirtenfamilien aussehen. Denn schon heute wächst auf mehr als 70 Prozent des Weidelandes in der Mongolei kaum noch ausreichend Gras. Wird nicht schnell etwas getan, könnten Schaf- und Ziegenherden schon in acht bis zehn Jahren nicht mehr überleben, sagen Experten. Und wilde Pferde gäbe es dann wahrscheinlich nur noch in Nationalparks.